So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle den Livestream gestern, den ich mit Dr. William Zen, also dem Bill, dem deutschen Auswanderer in den USA in California in San Diego gemacht habe, verfolgt. Wir haben drei Stunden Salonscheibe gestreamt. Es war wirklich ein Fest. Es war ganz toll, mal eine andere Sichtweise zu sehen, auf viele Thematiken und über Probleme zu sprechen. Mir ist das so stark in Erinnerung geblieben, als ich gestern mit ihm gesprochen habe, über zum Beispiel Verbrennerverbote. Und er guckt mich an und er ist hier aufgewachsen, er hat hier lange gelebt, lebt jetzt irgendwie seit zehn Jahren drüben in den USA. Er kannte dieses Wort nicht mal. Es war so faszinierend für mich. Also guckt euch diesen Stream gerne nochmal an. Wir sprechen heute darüber, dass der Nikolaus Löbel, der Bundestagsabgeordnete, hier seinen Rücktritt jetzt angekündigt hat. Erst war das ja geplant, dass das noch nicht passiert und so weiter. Bei Georg Nüslein sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus. Darüber werden wir sprechen. Danach gehen wir darauf ein, dass jetzt hier von den CDU und auch den anderen Generalsekretären der Parteien Forderungen kommen oder auch, dass das Ganze in Diskussion ist, ob man nicht Spenden ab einem geringeren Betrag von 9.999 Euro anmeldungspflichtig macht. Dann gucken wir uns noch sehr, sehr interessant an, wie sind denn in der letzten Zeit die Gerichtsverfahren entschieden worden, sprich 2020 gab es ja mehr als 10.000 Eilverfahren, die gemacht wurden. Was meint ihr? Wurden da mehr Sachen für uns Bevölkerung quasi entschieden oder mehr dagegen? Wartet mal ab, da kommt was Schönes auf jeden Fall. Und last but not least gucken wir uns auch noch an von Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, der Präsident dessen, wie er zu der aktuellen Situation steht. Viel Spaß beim Video, los geht's. An der Stelle möchte ich euch die Vivid Money Banking App auf jeden Fall noch vorstellen, denn mit dieser neuen Art des Bankings habt ihr die Möglichkeit, auch bares Geld zu sparen. Das geht einmal ganz klar über das Cashback-System, das bei Vivid Money integriert ist. Das heißt, ihr habt in verschiedenen Geschäften einkaufen, dann bekommt ihr nämlich auf die Vivid Money Zahlungen, die ihr damit durchführt, bis zu 10% Cashback. Und ihr wisst, dass wenn man bei den altmodischen Banken heutzutage ein Konto hat, dann kostet es immer mehr, wenn man mehrere Konten haben möchte, sprich eine eigene IBAN. Bei Vivid Money ist das anders. Dort könnt ihr nämlich bis zu 15 sogenannte Pockets erstellen und jedes einzelne davon hat auch eine eigene IBAN-Nummer, mit der ihr ganz separat arbeiten könnt. Natürlich ist die App auch komplett kostenfrei zu nutzen und gleichzeitig kannst du dir, wenn du es möchtest, auch noch eine kostenfreie Metallkarte von Vivid Money zukommen lassen. Sehr gut gefällt mir nämlich auch die Vivid Money App selbst. So habt ihr nämlich feinsäuberlich in der Übersicht alle Einnahmen und Ausgaben, die ihr regelmäßig tätigt. Auch sehr geil ist die Funktion, dass du hingehen kannst und kannst deinen Kontostand an verschiedene Aktienkurse koppeln. Das heißt, wenn zum Beispiel die Aktie von Tesla steigt, steigt auch dein Kontostand. Am besten gefällt mir aber eigentlich dieses Cashback-System und wenn du jetzt hingehst und über meinen Link, der unterhalb des Videos in der Infobox drin ist, die Banking-App Vivid Money runterlädst und ein kostenloses Konto erstellst, bekommst du nämlich jeden Monat bis zu 100 Euro Cashback bei deinen Einkäufen. Also eine sehr geile Nummer. Ich hoffe, es gefällt dir. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir gucken jetzt direkt als erstes Mal nach Berlin und hier speziell in den Bundestag. Und der Nikolaus Löbel von der CDU legt sein Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung zurück. Ich habe gerade gestern darüber berichtet, ist er irgendwie in einen kleinen Maskendeal verwickelt, nennen wir es mal so, wo es auch um die stolze Summe von 250.000 Euro Provisionen geht. Hat er ja auch selber so eingeräumt. Ganz interessant. Und jetzt heißt es hier in der Welt, der Mannheimer CDU-Politiker Nikolaus Löbel hat nach anhaltender Kritik angekündigt, sein Mandat mit sofortiger Wirkung abzugeben. Und dann Susanne Eisenmann, CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, also in dem Wahlkreis dort unten, begrüßte die Entscheidung und forderte Löbel auf, das Geld zu spenden. Glaubt ihr wirklich, allen Ernstes, dass der Mann diese 250.000 Euro spenden wird? Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Nochmal. Also fair wäre doch vielleicht nicht so eine Spende, sondern eine Rückzahlung an die, die es bezahlt haben, wo diese Provision herkommt. Von uns Steuerzahler. Genau das. Das wäre doch eine faire Nummer. Wenn das dahin geht, wo es herkommt, das Geld? Aber was rede ich denn da? Das sind ja Verschwörungstheorien. Das passt ja wieder einmal hinten und vorne nicht. Und Leute, ich habe es euch letzte Woche schon gesagt, wo das Ganze mit dem Georg Nüßlein in der Presse war, dass das alles nur Bauernopfer sind. Das sind Bauernopfer. Hier wird gerade eine ganz große Keule geschwungen. Eine Moralkeule kommt hier durch zahlreiche Politiker aus den Oppositionsparteien, von den Linken und Grünen beispielsweise auch. Aber warum ist sowas relativ selten bei den Grünen und bei den Linken vorhanden? Weil die nicht diese Reputation haben, weil die ja teilweise noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium haben und gar vorher in ihrem Leben auch noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, sodass sie überhaupt in solch eine Situation kommen könnten, weil sie keinen Job vorher hatten, wie das zahlreiche andere Politiker hatten. Ich will das damit nicht gut reden, aber ich möchte das ein bisschen dafür aufklären, was hier eigentlich abgeht. Dass der Nikolaus Löbel hier wiederum vorhatte, eigentlich hatte ich auch gestern gesagt, ja, vielleicht versucht er das Ganze auch in Vergessenheit geraten zu lassen, wenn er dann erst im August zurücktreten will, wie er es eigentlich geplant hat. Jetzt wurde die Stimmen aber zu laut für Forderungsgerufe von ihm. Das steht auf jeden Fall auch so in zahlreichen Kommentaren drin, dass er das Ganze ja wegen der Pensionsansprüche als Bundestagsabgeordneter gemacht hat und auch gerne länger geblieben wäre. Und ich sage mal, das ist teilweise richtig. Ich habe mir die Altersentschädigung für die Abgeordneten im Bundestag nochmal durchgelesen, nochmal angeschaut und es ist tatsächlich so, Zitat, Nach dem ersten Jahr beträgt sie, also die Altersentschädigung, sobald man ein Jahr hier im Bundestag gesessen hat, nach dem ersten Jahr beträgt sie 2,5 Prozent der Abgeordnetenentschädigung und es steigt mit jedem weiteren Jahr der Mitgliedschaft um 2,5 Prozent an. Das bedeutet, der Mann ist ja jetzt mindestens drei Jahre drin und dementsprechend bekommt er 7,5 Prozent von 10.083 Euro. Heißt, der hat innerhalb von drei Jahren allen Ernstes einen Pensionsanspruch von 750, sogar ein bisschen drüber, über 750 Euro monatlich erreicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt zahlreiche Rentner, die haben 30, 40 Jahre einbezahlt in die Rentenkasse und bekommen keine 750 Euro raus. Das ist schon ein ganz, ganz starkes Stück, was das für eine Ungleichbehandlung ist, die wir hier sehen, was hier passiert. Und das passt meiner Meinung nach für Leistung nicht in diese Relation, solch eine üppige Pension zu bekommen. Ich bin dafür, dass jeder so eine Pension bekommt. Ja, natürlich. Besonders Leute, die hier 30, 40 Jahre lang sich den Buckelwund geplagt haben, damit die nicht am 21. kein Geld mehr haben. Und nebenbei gesagt, deren Rente wird ja heutzutage auch nochmal extra besteuert. Das kann man sich ja gar nicht mehr ausdenken. Das ist ja Unverschämtheit. Unverschämtheit schlechthin. Bei der Pension sieht es natürlich anders aus. Ja, aber nochmal zurückzukommen. Auf die Ablenkung. Es wird doch hier gerade so offensichtlich abgelenkt von den eigentlichen Verfehlungen der richtigen Politiker der letzten Monate, besonders des letzten Jahres. Allen voran Merkel, Spahn, gerade Wirtschaftsminister Altmaier. Ganz, ganz schlimmes Armutszeugnis, was der Mann hingelegt hat. Und zahlreiche andere Politiker, die sich hier wirklich mit ihren Äußerungen schon oftmals ins Aus manövriert haben, meiner Meinung nach. Genauso aber auch schlechte Sachen entschieden haben. Sachen entschieden haben, die nicht notwendig waren nachweislicher Weise. Passt hinten und vorne einfach nicht zusammen. Schreibt eure Meinung mal unten rein. Ja, aber wir sehen, dass wir hier in den Wahlen sind. Und so heißt es nämlich jetzt hier von Söder aus der Welt, Zitat, Söder drückt Nüßlein Sanktionen des CSU-Präsidiums an. CSU-Präsidium werde noch am Montag, also heute beraten, welche parteilichen Konsequenzen das Verhalten von Georg Nüßlein haben muss, sagt Parteichef Markus Söder und er stellt zwei Forderungen an den Bundeskanzabgeordneten. Ja, ganz interessant. Auf einmal, wo wir in diesem Jahr Wahlen haben, geht es dann doch, dass hier Sanktionen folgen und alles. Und ich möchte daran erinnern, was war denn mit einem Philipp Amthor im letzten Jahr? Das Thema war ein bisschen in der Presse, danach war das Thema durch. Vielleicht kann man natürlich auf so einen hochqualifizierten Bundestagsabgeordneten wie ein Philipp Amthor in der Partei einfach nicht verzichten. Auf einem Nikolaus Löbel oder hier auf einem Georg Nüßlein vielleicht dann schon eher, dass man ihn auch mit Sanktionen behaftet. Denn weiterhin heißt es ja auch hier von der Welt, CSU-Politiker Nüßlein tritt aus Unionsfraktion aus, will Mandat aber behalten. Da geht es meiner persönlichen Meinung nach ganz klar natürlich um die weiteren Abgeordnetenbezüge, genauso wie auch die Pensionsansprüche, um die hier voll zu erfüllen. Also dieser Sumpf, Leute, ist so tief, da wissen wir noch nicht mal einen Tropfen. Da ist so viel im Argen. Was ist denn mit Armin Laschet und seinem Sohn? Also von diesem Thema hört man irgendwie auch nichts mehr. Ausgesessen, Thema erledigt und durch ist das Teil. Allerdings erinnert euch daran an, dass die Veranstaltung hier von Jens Spahn, da waren ja einige Leute dabei. Und hier heißt es bei der Bild, Zitat, genau 9.999 Euro. Warum? Weil ab 10.000 Euro ist das Ganze dann offenlegungspflichtig. Da muss dann gesagt werden, wer das gespendet hat. Deswegen 9.999 Euro, so denke ich mal, sollten die Gäste von Gesundheitsminister Jens Spahn bei seinem Spendendinner im Herbst für einen Bundestagswahlkampf überweisen, wenn sie nicht in den Büchern der CDU auftauchen wollen. Zitat Bild Ende. Und wenn man sich dann, so schreiben sie es hier, das Spahn-Dinner sorgte nicht nur für Schlagzeilen, weil der Minister die Bürger noch am Morgen vor Geselligkeit warnte und nur Stunden später Rinderfilet und Rotwein reichen ließ, sondern gegen die 9.999 Euro Spendenansage machen nun die Parteigeneräle von CDU, SPD, FDP und der politische Geschäftsführer der Grünen mobil. Ja, und hier merkt man jetzt, ach, auf einmal passiert da was. Leute, dieses fadenscheinige Kindergartenkino hier, wer das für voll nimmt, wer das glaubt, dass da sich wirklich nach der Bundestagswahl grundlegend etwas ändert, dass ab dem ersten Euro solche Spenden offengelegt werden müssen, zumindest die Namen von denen, die es gemacht haben, und so weiter. Ich glaube es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagt hier, die Höhe der Spende, ab wann ein Name veröffentlicht wird, ist vor langer Zeit geregelt worden. Ich sage ganz offen, das ist mir relativ egal, wie hoch diese Höhe ist. Natürlich können wir darüber sprechen, das ist ja kein Naturgesetz. Wow, der geht ja hier voll auf. Wahnsinn. Oder auch Generalsekretär Klingbeil von der SPD. Wir sind da sofort gesprächsbereit. Bei uns stimmt man im Kreisvorstand schon darüber ab, ob man eine Spende von 1.000 Euro annimmt. Ja, aber warum denn nicht ab dem ersten Euro? Ganz einfach. FDP, sagt der Volker Wissing, wir sind dazu bereit, selbstverständlich unterstützen wir eine solche Initiative. Und der grünen Geschäftsführer Michael Kellner sagt hier, oder kündigte die rasche Vorlage eines entsprechenden Gesetzesentwurfs an. Und so weiter und so fort. Also, es ist einfach nur lächerlich, ganz ehrlich. Schreibt auch immer in den unten rein. Als nächstes möchte ich auf den Punkt eingehen, was ich hier für einen Artikel in der Welt gelesen habe. 2020 mehr als 10.000 Eilverfahren und Klagen gegen C-Auflagen. Und darüber habe ich ja sehr, sehr häufig berichtet, dass wieder irgendwie ein Politiker eine Entscheidung rausgehauen hat und das Ganze dann in einem Eilverfahren wieder arg der Akta gelobt wurde von einem Gericht. Teilweise wurde das Ganze aber auch bestätigt, dass es in Ordnung wäre, aufgrund der Maßnahmen und so weiter. Und manchmal war es auch so, dass dieses Eilverfahren, die Entscheidung, die Erlaubnis dann zum Beispiel Alkohol zu trinken und Ähnliches, irgendwie rumzulaufen ohne Maske, dass die nur für die klagende Person erlaubt war. Also, total absurd eigentlich. Und jetzt heißt es hier in der Welt, Kontaktverbote, geschlossene Schulen, Test- und Maskenpflicht. In tausenden Verfahren wehrten sich Deutsche 2020 gegen C-Auflagen. Die Gerichte bestätigten bislang allerdings in den meisten Fällen die angegriffenen Beschränkungen. Soll heißen, die meisten dieser Entscheidungen waren rechtens. So, wie kann das denn hinhauen? Ich habe hier einen guten Kommentar gelesen von Tyler Dörden. Wer kennt Tyler Dörden noch? Na, Fight Club, grüße ihn raus. Wie kann es einerseits heißen, schreibt der Mann, dass Grundrechtseinschränkungen, Grundrechtseinschränkungen, die nicht von den gewählten Parlamenten bestätigt wurden, ganz offensichtlich gegen das Grundgesetz verstoßen. Aber alle klagen diesbezüglich dann abgelehnt wurden. Alle waren es nicht, aber ein größerer Teil. Na, gerade gehört haben. Welchen Wert haben dann Grundrechte denn noch, wenn sie eine Regierung ohne Parlamentsbestimmung einfach aussetzen kann? Und niemand kann, auch gerichtlich, nichts dagegen unternehmen. Und genau das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Was haben wir denn da für eine Möglichkeit? Dann sind uns die Hände ja komplett gebunden. Das ist ja unvorstellbar, was hier abgeht. Oder dann auch Dr. H. schreibt hier, 10.000 Klagen waren offensichtlich wirkungslos. 10.000 Existenzen gehen verloren, nach der Kurzarbeit spätestens. Und es gibt dann hunderttausende Arbeitslose. Das wird massiv passieren nach dem 26.09., nach den Wahlen. Solange zieht man das durch, danach wird es gruselig. Und da hat der Mann genauso recht. Also, das ist ja nur ein aufgeschobenes Ding. Das wird sich nach den Wahlen massivst ändern. Davon bin ich auch überzeugt. Und ich will nur noch mal ein paar Beispiele nennen, weil auf olli.net, meiner kleinen Website, findet ihr ja zahlreiche Verbote, die durch die Politik beschlossen wurden, die aber durch die Gerichte wieder aufgehoben wurden. Berliner Sperrstunde, 800 Quadratmeter Regel für Ladenschließung. Leute, diese Liste ist lang. Und ich habe da ja, weiß Gott, nicht alles drin, was da auf wiederum geändert wurde. Also von daher, das ist unvorstellbar, was hier abgeht. Last but not least haben wir hier noch ein interessantes Interview, das die Welt geführt hat mit Hans-Jürgen Papier. Den werden der eine oder andere von euch kennen. Auf ihn habe ich ja auch schon mal das ein oder andere Video aufgebaut und darüber berichtet. Er war von 2002 bis 2010 Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Also eine wirkliche, sehr hohe Position, die der Mann innehatte. Und dementsprechend, denke ich, ist es auch von Wichtigkeit, wenn dieser Mann sich jetzt hier noch mal äußert. Und er hat jetzt hier in diesem Interview folgendes Zitat gesagt. Zitat, die Menschen dieses Landes sind keine Untertanen. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem Thema von gerade eben bezüglich der ganzen Grundrechte, die hier massiv eingeschränkt werden. Die Welt schreibt hier, warum schweigt das Bundesverfassungsgericht angesichts der massivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte des Landes? Ex-Gerichts-Präsident Papier seziert die staatlichen Defizite der Pandemiebekämpfung. Er sieht die Justiz jetzt vor ihrer größten Bewährungsprobe. Und ganz ehrlich, ich kann es mir nur so erklären, dass wir einfach zu viele Richter haben und Positionen besetzt haben, die politisch motiviert besetzt wurden. Sodass diese Personen eine spezielle Agenda von unserer Bundesregierung ganz genau aufgetragen und verfolgen. Und genau so dementsprechend handeln und agieren. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären, warum man hier so vorgeht und nicht für den Bürger entscheidet. Weil der Papier sagt das ja auch ganz richtig hier in dem Fall. Das ist eine ganz klare Bewährungsprobe für unsere Justiz. Weil, nochmal, was folgt denn daraus? Das, was daraus folgt, aus der ganzen aktuellen Situation, auch mit dem Sinne der Polizei, also der Exekutive, eine Politik- und Verdrossenheit haben wir schon. Jetzt kommt eine Justiz-Verdrossenheit. Dann kommt eine Exekutive, also eine Polizei-Verdrossenheit. Weil man sagt, die kämpfen ja nur gegen uns. Die tun ja gar nichts für uns, nicht Polizei, dein Freund und Helfer. Und auch die Gerichte. Worauf will man sich denn noch stützen? Was will man denn noch so? Das ist mein Ass im Ärmel. Die können mir helfen, die können mich retten, so nach dem Motto. Aber wenn selbst das auch nicht mehr möglich ist, weil man weiß, ja, weiß ich nicht, was da rauskommt. Im Endeffekt, die entscheiden ja wieder für die Politik. Und das ist schon eine ganz, ganz krasse Entwicklung, die wir in diesem Land besonders seit einem Jahr ganz gravierend hier merken und sehen. Dementsprechend, Freunde, schreibt eure Meinung mal gerne unten rein in die Kommentare. Freut mich, wenn euch das Video gefallen hat. Signalisiert es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Bleibt euch schon spannend und ciao.